Jo, servus, liebe Leute, hier ist Eure The King wieder am Start und heute spielen wir in Minecraft P.O.V.A.P.E.R. Und zwar, sorry, dafür, dass die letzten paar Tage kein Video kam, weil irgendwie hatte ich keine Zeit, ich musste für eine Schule lernen, war noch bei Termine. Und heute kommt wieder Minecraft P.O.V.A.P.E.R. Und falls ihr fragt, wo ich hier bin, ich habe ein Dorf gefunden und hier habe ich mein Haus gebaut. Das ist so ein kleines Haus, weil das ist erst Folge 4, weil Folge 4 ist mal so eine kleine Zahl und es ging ein bisschen so ein kleines Haus gebaut. Hier mit ein bisschen so mit hier Zäunen und falls ihr fragt, wie lange ich dafür gebraucht habe, ich musste ultra viel Eisen farmen. Ich habe glaube so um die eine Stunde und 20 Minuten dafür gebraucht, glaube ich. Hier, weil es so ein bisschen so klein ist, habe ich hier einen Werkpunkt, einen Ofen, das Reich. Hier geht so eine kleine Treppe und hier sind vier Truhen. Hier kommen das ganze Essen rein. Hier kommen die Waffen und die Erze rein. Hier kommen die Zufallsachen, hier kommen so die Blöcke. Und weil ich jetzt, und weil ich alle schon verballert habe, meine ganzen Schwerter, gehen wir heute, ja, also farmen halt. Ja. Ja. Ich baue ja zuerst mal Holz ab, weil ich habe meine ganzen, ähm, ähm, Achsschwerter oder Spitzhaken, ja, ähm, ähm, braucht für das ganze Schrotteisen, äh, diese einzelnen Blöcke, äh, und deswegen habe ich jetzt einfach gar nichts mehr übrig gehabt. Und lasst einfach mal ein, ähm, äh, ein, ähm, Daumen nach oben da und eine positive Bewertung auch dann in den Kommentaren. Würde mich da freuen. Und dann kann ich auch sehen, dass ihr meine Cooptypieren feiert. Und, ja. Ja, ich, hier gibt Schafe, okay, ich finde unser Haus, ja, wie sieht es denn aus, nicht schön aus. Jetzt, ach, ich habe ja drin, in meinem Haus noch eine Spitzhäcke. Und wir können auch gleich mal in das Dorf hineinschauen. Vielleicht gibt es so eine, ähm, ähm, Schmiede, wo da vielleicht, vielleicht Eisen drin ist oder was auch immer. Die ist eingegangen, habe ich da mit zwei Fackeln markiert. Und falls ihr fragt, wieso ich den Ton hier ausgemacht habe, das war ja, weil es regelt. Und so hört sich das dann an. Und das wäre doch schon ein bisschen nervig. Deswegen habe ich den Ton ausgemacht. Ein Holzschwert. Ähm, es brachte noch Holzspitzhäcke und eine Holzachse. Gut, jetzt lage ich mal hier kurz meine Sachen ein. Hier kommen die Blöcke. Und die Sticks kommen zu den unnötigen, also die ich eigentlich bis jetzt nicht mehr brauche. Und jetzt gehen wir mal auf, ähm, ähm, Fleischsuche. Aber zuerst gehen wir ins Dorf. Okay, hier haben wir ein bisschen Cobblestone. Und ist hier etwas drin, noch eine Truhe? Nee, hier ist einer, hier ist nichts drin. Spät, Leute. Nein, 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 nein. Uff, Leute, knapp daneben ist auch vorbei. Eine Truhe. Hier ist ein bisschen Brot und fünfmal Brot, drei Äpfel. Jetzt kippen wir nur noch Gold für Goldäpfel. Und neun Säpplinge. Und hier haben wir schon Essen. Und diese Säpplinge, wenn ich mal sagen, können wir bei uns zu Hause schon anpflanzen. Dann können bei uns schon die wachsen, damit unser Haus nicht so ganz alleine da steht. Wir können hier noch ein bisschen Säpplinge hier wachsen fühlen. Ich kann noch eins sehen. Ich kann da noch eins sehen. Jetzt nochmal hier eins. Und da eins. Hi, Schweine, wie geht's? Gut, ich meine, es tut. Und wo war da vorne? War ein bisschen Essen. Ähm. Da sind Kartoffeln, glaube ich. Ja, sind Kartoffeln ganz nice. Die pflanzen wir auch nicht an, weil ich brauche Kartoffeln. Nice. Ich brauche schon 32 Kartoffeln. Und hier geht's noch weiter mit Kartoffeln. Und wenn dann die erste Hälfte 32 Kartoffeln hat, hat die auch bestimmt 32 haben. Also müssen wir eigentlich 64 Kartoffeln am Ende dann haben. Haben wir aber nicht. Nice. Hier wachsen noch ein paar. Gut. Hier sind noch ein paar. Kartoffeln, die wir jetzt abpflanzen werden. Und jetzt haben wir über ein Stack voll. Nice, Leute. Gibt's hier noch was? Ne, hier ist eine Leiter. Wird es anbestimmtig sein. Hier ist, ja, eine Pflanze. Okay. Und was ist hier? Hier ist nur so ein Ausflick-Turm. Und mein Haus ist da hinten. Wo ich da jetzt nicht rüberkommen. Jetzt bauen wir das mal ab. Und diese Folge wird, ja, also über 10 Minuten gehen. Auf jeden Fall. Gut. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Jetzt sind wir noch ein paar Tiere, die wir kühlen können. Ja, aber hier gibt es echt wenige Tiere, echt. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Holz ab. Und ja. Holz abbauen. Hier ist meine Holzachs. Wir bauen irgendwelches Holz ab. Hier ist sogar kein Birkenholz, sondern Fischholz abbauen. Ist mir nicht egal. Aber ich hab mit Fischholz gearbeitet. Aber ich bin ja eh fertig. Also, muss mir nicht egal. Fleisch, wenn ich den ganzen Baum jetzt abgebaut hab, kommen Fleischäpfel raus. Aber nice. Ich, ich hab da ein bisschen mit, damit es schneller geht. Aber bei sehr noch kein Apfel, nee. Dieser Baum besteht noch gar kein Apfel, nee. Also, Frau Schau, die sind Zipplinge und so, wie die heißen. Wenn sie jetzt noch ein bisschen Birkenholz farmen. Für den Holz farmen. Ist mir egal, was das Holz ist. Hauptsache, wir haben Holz. Für Sticks. Für Hitschwerter. Für Äxte. Für eine Sense. Falls wir, falls wir so ein Bauer werden. Gut. Gut noch. Und Timorbaum. Und da noch. Und da noch. Oh, das reicht noch. Zwischenholz, das reicht. Ich bin nicht nur bekannt von da hinten. Ah, doch. Wir haben noch ein, doch noch ein Apfel bekommen. Ja. Jetzt haben wir vier Äpfel. Jetzt fehlt uns nur noch, ähm, Gold. Dann hätten wir einen goldenen Apfel. Und noch Gold, und noch Gold, und noch Gold, und noch Gold. Blöcke für eine OP. Gold Apfel. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ich hab ja nichts an Kohle. Also Birkenholz brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Hallo, gut, hier tu wie mal diese 16 Kartoffeln dahin und weil alle so funktionieren, wenn nicht nehme ich einfach weiß nicht welches Holz. Und solange das hier brät, bauen wir uns irgendwo nach unten und holen wir uns mal stein schwert, stein axt und einen stein spitzack. Und so hier ist mir egal wo wir uns hineinbotteln, hauptsache wir haben einen Stein. Ne, das ist kein Stein. Aber ich glaube das ist Theoret oder was auch immer. Also da ist Kabel, ne. Aber ich finde ich jetzt gar kein Kabel, ne. Mal doch hier. Und ich habe hier mal ein bisschen Kabel zu tun. Damit wir uns steinschwert, steinsspitzeige und eine stein axt machen können. Und die nächste Folge wird morgen sein vom Microsoft-Kipieren. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und ja, ne, meine Kumpel sind auch in der Video-BMB-Schreibung verlinkt. Und das reicht auch, glaube ich, an Kabel zu tun. Das bauen wir uns einfach straight nach oben. Und zwar mit Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wir haben ein bisschen Hunger und essen ein bisschen Brot. Na gut, jetzt laufen wir zurück. Und da ist ne Kuh, sogar zwei Kuh. Und jetzt testen wir gleich. Oder jetzt. Oh ne, kommt schon Kuh. Hi. Hallo Kuh. Hi. Tod. Das tut mir leid. Ich habe mich nicht gesehen. Die Kuh soll sterben. Also sie muss sterben, weil ich bei Essen brauche. und will wieder zurück in unser kleines Zuhause. Und die Brünne wachsen bis jetzt noch gar nicht. Es freut sich ja echt. Und da ist noch ein Schaf. Hi. Ich habe es jetzt auch sterben. Die Wolle haben sie noch bekommen. Gut. Und sie laufen aus wie die Zahlen. Also schön aus, aber ein bisschen zu klein, glaube ich. Das hat nicht mal gereicht. Egal. Auch wenn es nicht gereicht hat, bin ich damit auch schon ein bisschen zufrieden. Hier, weil nichts ist, kommt hier das ganze Essen rein. Das wir heute bekommen haben. Hier sind Ofenkartoffeln. Hier sind normale Kartoffeln. Nimm mal ein Zeppling. Kommt zu den unnötigen Sachen. Nicht das wie hier das. Und Wolle. Und kein Holz. Oder Zeppling. Und die Blöcke kommen alle hier rein. Eine Kappe brauche ich jetzt noch. Brauche ich auch noch gerade. Zum Craften. Heute brauche ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich will kurz mal Stein Sachen haben. Und dann bin ich das Video auch schon für heute. Die Sachen können wir weg. Jetzt geht's nach unten. Kabel haben wir nicht. Das Loch haben wir. Zwar haben wir die Gestüge. Darum machen wir ein Steinschwert, Steinachs und eine Steinspitzhecke und zwar zwei Stück. Damit wir mehr Eisen und so farmen können. Und hier kommen die unnötigen Sachen. Da ist nichts. Noch Steaks. Hier kommt Essen. Ja. Also ich muss mich noch ein bisschen an meinen Trunk gewöhnen. Also unten rechts. Also hier kommen Blöcke. Hier kommt das Essen. Hier kommen die unnötigen Sachen. Die ich jetzt auch. Und hier die Waffen und die Erz. Und damit war's das mit dem heutigen Video. Und damit sage ich Tschau. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge. Moinik auf die Peron. Tschau.